Sie sagt, sie wird nicht reingekommen, dass sie schon gerade reingekommen hat. Das ist genau das, was eigentlich für dich ist, die Vortragung so zu kaufen, dass du es ja noch mal hast. So, weißt du, was passiert, da habe ich schon gesagt, ich kann die Info abkaufen, weißt du? Und du kannst eigentlich schon die Freude.